Schön, dass Sie unsere Nummer angerufen haben. Ich bin Hildegard Renowans-Kruzmacher, war früher Krankenhauspfarrerin und lebe jetzt im Ruhestand in Gomaringen. Die Katastrophe vom Ahrtal ist gerade zwei Jahre her. Wir haben die Bilder von den zerstörerischen Wassermassen noch im Kopf. Geblieben ist uns eine gewisse Angst vor Unwettern mit Starkregen und Hagel. Häuser sind mit ihren Grundfesten eingestürzt und weggeschwimmt worden. Seither warnen die Wetterdienste regelmäßig vor Gewitter im Sommer. Jeder und jede von uns hat sich vorstellen können, wie es wäre, wenn das mein Haus wäre. Nein, unvorstellbar, das kann man sich nicht vorstellen. Jedes Haus braucht ein tragfähiges Fundament. Das Haus, in dem ich wohne, hat ein Fundament aus Beton, weil Beton ein mögliches Erdbeben besser abwehrt als ein Fundament aus Ziegelsteinen. Am Fundament sollte man nicht sparen, hat mir kürzlich unser Architekt gesagt. Das wissen die schwäbischen Häuslesbauer natürlich. Das wäre am falschen Platz gespart. Das Fundament kann nicht einer allein bauen. Da braucht es viele Ingenieure, Handwerkerinnen, da braucht es einen Kran und andere Maschinen. Das wissen viele von ihnen besser, viel besser als ich. Darum, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Mit diesen Worten aus Matthäus 7,24 schließt Jesus seine Rede, die Bergpredigt bei Matthäus ab. Das ist der Lehrtext für diesen Tag. Darum, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. So kennen wir ihn und das schätzen wir an ihm, dass Jesus mit einfachen Worten tiefe Wahrheiten aussprechen kann und gar nicht viel erklären muss, weil seine Beispiele für sich sprechen. Der Glaube braucht ein tragfähiges Fundament, das viele Menschen gebaut haben. Wer hat an ihrem Glaubensfundament gebaut? Mein Glaubensfundament ist zusammengebrochen, als mein Vater mit 47 Jahren starb und uns sechs Kinder mit unserer Mutter zurückließ. Da blieb nicht mal ein Stein auf dem anderen. Und später erst habe ich verstanden, dass mein Theologiestudium mir half, mein Fundament wieder aufzubauen. Da waren viele Menschen, die anpackten und mir zeigten, welche Steine zum Wiederaufbau taugen und welche nicht. Ich habe auch später erst verstanden, dass es doch eine tiefe Sehnsucht nach einem tragfähigen Fundament in mir gegeben haben muss. Meine Sehnsucht nach einem neuen Fundament bildete damals das Fundament, auf das ich bauen konnte. Ich nehme an, dass zu ihrem Glaubensfundament Erfahrungen und Sätze gehören, die ihnen helfen, Wasserwellen und Stürmen des Lebens standzuhalten. Es werden wohl auch Menschen zu ihrem Glaubensfundament gehören, die ihnen Halt geben, Verstorbene und Lebende. Es könnte sich lohnen, sich derer bewusst zu werden, sich das klarzumachen. Mögen sie es vielleicht aufschreiben? Welche Menschen, welche Worte helfen mir, wenn mein Glaubenshaus ins Wanken kommt? Woraus besteht mein Fundament, das mich trägt? Zum Schluss eine Beobachtung. Die Frauenkirche in Dresden wurde trotz zunächst heftiger Proteste wieder aufgebaut und 2005 eingeweiht. Doch schon 1996 konnten in der Unterkirche Gottesdienste gefeiert werden, dass das Fundament dieses Gotteshauses den göttlichen Geist in sich trägt. Das musste alle Welt wissen. So soll es jede und jeder von uns auch wissen. Mit herzlichen Grüßen, Ihre Pfarrerin im Ruhestand, Hildegard Renovance-Grützmacher.